Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns alle Vertreter der Familie der Raya in Mitteleuropa und in Deutschland speziell an. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Bevor wir damit starten, möchte ich euch noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, denn derzeit sind 9 von 10 meiner Zuschauer keine Abonnenten. Abonniert meinen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Im heutigen Video möchte ich euch anhand von Lebensraum aussehen und Ruf unsere Schreitvogelwelt etwas näher bringen. Wir haben einige häufige Arten, einige etwas selterere Arten und ein paar Ausnahmegäste. Diese werden wir in der Reihenfolge kennenlernen, also lasst mich mit dem ersten Reiher beginnen. Starten wir mit dem Graureiher. Der überwiegend graue Vogel mit weißem Kopf und schwarzen Schmuckfedern wird etwa 84 bis 102 cm groß. Man sieht ihn oft im flachen Wasser oder auf Wiesen jagend, wenn er eine lange Zeit regungslos auf seine Beute wartet. Zu seiner Nahrung gehören Fische und Amphibien, aber auch Mäuse und Regenwürmer. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester in alten, hohen Bäumen bauen. Hören wir uns jetzt noch ihren Ruf an, den sie meist im Flug äußern. Wenn ihr noch weitere Informationen zum Graureiher braucht, dann empfehle ich euch noch diesen Steckbrief hier. Das Video seht ihr jetzt oben rechts verlinkt. Ansonsten machen wir weiter mit unserer zweiten Art, nämlich dem Purpurreiher. Purpurreiher werden 70 bis 90 cm groß und sie haben eine ähnliche Statue wie Graureiher. Ihr Schnabel ist aber dünner und länger, auch ihr Hals ist bedeutend schmaler. Die erwachsenen Tiere haben einen rotbraunen Kopf und Hals, einen grauen Mantel und die charakteristischen schwarzen Striche am Hals. Der Purpurreiher ist eine eher südeuropäische Art, die in Afrika überwintert und als Kolonie in ausgedehnten Schilfgebieten brütet. Aber auch in Deutschland gibt es einige Kolonien. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es eine unter Ornis bekannte Stelle mit etwa 35 Brutpaaren. Die tatsächliche Zahl schwankt aber von Jahr zu Jahr. Hören wir uns jetzt kurz den Flugruf des Purpurreiher an, auch wenn er eigentlich wenig stimmfreudig ist. Machen wir weiter mit dem Silberreiher. Der osteuropäische Brutvogel ist bei uns vor allem als Wintergast zu sehen, wobei mittlerweile erste Ansiedlungen auch stattfinden. So kann man den weißen, etwa 85 bis 100 cm großen Reiher teilweise auch ganzjährig in Deutschland antreffen. Silberreiher sind Koloniebrüter, welche ihre Nester ins Schilf größerer Seen bauen. Silberreiher haben ein komplett weißes Gefieder, einen gelben Schnabel und zur Paarungszeit lange Schmuckfedern an Brust und Hintern. Ihr Schnabel verfärbt sich zur Paarungszeit außerdem fast schwarz. Er ist eigentlich nur an der Kolonie zu hören, die es ja bei uns noch nicht wirklich gibt. Hören wir uns trotzdem kurz seinen Ruf an. Kommen wir zum Seidenreier. Der auf den ersten Blick ähnliche Vogel ist, aber mit 55 bis 65 cm Körperlänge deutlich kleiner. Auch er ist komplett weiß, allerdings mit einem langen, dunklen Schnabel. Wenn er mal läuft, erkennt man ihn auch an seinen grünlich-gelben Füßen. Auffällig sind auch die schönen Schmuckfedern am Hinterkopf des Seidenreiers. Seidenreier brühen in Südeuropa in kleinen Bäumen an flachen Seen, aber jedes Jahr werden sie auch in Deutschland beobachtet. Ihre Nahrung suchen sie teils in Gruppen im Flachwasser, wo sie mit ihren Füßen allerlei Getier im Schlamm aufwühlen. Auch Seidenreier sind außerhalb der Kolonien meist stumm, hier hört ihr aber mal ihren Ruf. Machen wir weiter mit dem nächsten südeuropäischen Gast, dem Kuhreier. Wie ihr Name schon verrät, sieht man sie oft im Trockenen auf einer Kuhweide oder sogar auf den Kühen stehend. Sie werden 45 bis 52 cm groß und brüten ähnlich wie der Seidenreier an Seen und Flussufern in kleinen Büschen oder Bäumen. Die Art breitet sich unter anderem wegen des Klimawandels aus, so wird er regelmäßig in Süddeutschland beobachtet. Der überwiegend weiße Reiher hat einen kurzen Schnabel, aber seine gelben Federn im Prachtkleid machen ihn eigentlich unverwechselbar. Im Flug stößt er gelegentlich folgenden Ruf aus. Auch der Rallenreiher, unsere nächste Art, ist ein südeuropäischer Vogel. Er überwintert in Afrika, wird 40 bis 50 cm groß und ist vom Aussehen her unverwechselbar. Weißgelbe Unterseite, schmutzig braune Oberseite, lange Schmuckfedern am Kopf. Ihre kleinen Kolonien bilden sie oft gemeinsam mit anderen Reihern. Seine Stimme erinnert mich ein wenig an eine weibliche Stockente, aber hört einfach mal selbst. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Reiher, bevor wir uns noch der Rohr- und der Zwergdommel widmen. Der Nachtreiher wird etwa 58 bis 65 cm lang und wie sein Name verrät, ist er überwiegend nachtaktiv. Er ist selten im Schilf, stattdessen nutzt er Sümpfe, Flussauen und Teiche als Jagdgebiet. Nachtreiher überwintern in Afrika und sind in Europa nur von April bis Oktober anwesend. Auch sie sind eher eine südeuropäische Art, wobei sie in Deutschland sehr regelmäßig beobachtet werden können. Häufig ist ihr Flugruf zu hören, den wir uns jetzt gemeinsam anhören. So, jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Dommeln Mitteleuropas. Beginnen wir mit der größten Art, der Rohrdommel. Im überwiegenden Teil Deutschlands sind sie lediglich Wintergäste. Ihr Brutgebiet ist normalerweise weiter nördlich und östlich. Rohrdommeln werden bis zu 80 cm groß und leben sehr heimlich in großem und dichtem Schilf. Die Art ist nur mit ihrer ganz, ganz seltenen nordamerikanischen Unterart zu verwechseln, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Bei Gefahr begibt sie sich in die sogenannte Pfahlstellung, streckt ihren Hals in die Höhe und tut so, als wäre sie im Wind wehendes Schilf. Im Flug wirkt sie wie eine Mischung aus Uhu und Raya und ihr Ruf hat ihr einige lustige Namen eingeheimst. Sie sind Morrochse, Rietochse oder Mooskuh, um nur einige zu nennen. Ihr Ruf erinnert tatsächlich ein wenig an eine Kuh oder an ein Nebelhorn. Er ist sogar einige Kilometer weit hörbar. Die Zwergdommel ist ein 33 bis 38 cm großer Wasservogel, welcher auch kleinere Schilfflächen besiedelt. Sie überwintert in Afrika, ist aber in Deutschland Brutvogel. Sie ist der kleinste Reiher, sogar kleiner als ein Teichhuhn, damit du mal einen Vergleich hast. Das Männchen hat eine schwarze Oberseite, die Oberseite des Weibchens ist braun-schwarz gestreift. Hören wir uns kurz den monotonen, froschartigen Gesang an, welcher sowohl tagsüber als auch nachts zu hören ist. Das war es dann auch schon wieder von allen Reiherarten Deutschlands und Mitteleuropas. Wenn das Video dir gefallen haben sollte, dann würde ich mich über ein Abo und eine positive Bewertung freuen. Ich danke dir fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.